Söhren! Naja, falls am Ende keiner auf die Idee kommt, sich irgendwie unterstützend an dem Projekt zu beteiligen und Krieger benennen zu können, was man ja durchaus darf. Was auch teilweise nicht als sehr, sehr nette Geste angesprochen wird. Jedenfalls, falls das nicht dazu kommt, werde ich einfach am Ende alle Krieger selbst und wir werden die noch nicht anderweitig beraten. Also ihr habt's in der Hand, tut was dagegen, bitte! Ja! Und wenn ihr schon dabei seid, hinterlasst ein Like und Subscribe! Ja, und teilt das in allen möglichen öffentlichen Netzwerken, in denen ich selbst nicht bin. Wir haben es geschafft, Leute! Verwachsen! Sowas wie Jappi! Jappi! Oder Schüler-Vsätzen! Knuddels! Knuddels? Ja! Ich weiß gar nicht, ob's Knuddels noch kippt. Hey! Das war mitzuhören! Wir! Ich hoffe, wir immer wieder euch in die Arme! In die Arme! In die Arme! Nein, das war kein Fehler! Ihr habt ja eine Menge Königreicher erobert! Ihr wollt die doch nicht alle ganz allein am Laufen halten, oder? Doch! Darüber haben wir uns doch gar keine Gedanken gemacht, oder? Aber los! Verletzt ist unser Kriegsmacher! Und Führer uns der Arme! Aber wie?! Achso! Entscheide ich mal! Unser einziges Kompet... Was? Was? Das hab ich auch mit reingestiebt, was vorher nicht klar war! Jetzt fang bloß nicht an, eure anderen Krieger kleinzureden! Klar! Die sind zu mehr zu gebrauchen, als nur zum Kämpfen! Ihr könnt ihnen während eurer Abwesenheit... Euer während eurer Abwesenheit! Och Mann ey! Das R hat auch geklemmt übrigens! Ich find das unschön! Wenn man dann am Ende des Let's Plays dann so einen Zusammenschnitt macht, kriegt dann wahrscheinlich raus, dass die komplette Tastatur geklemmt hat! Ja! Oh Mann! Das Co hat echt geklemmt! Ach, weißt du noch? Dass weh, wie es geklemmt hat! Oh, das blöde E hat sowieso die ganze Zeit geklemmt! Oh, das R, die das immer geklemmt hat! Wie groß schreibt das? Ich glaub, das T hat auch geklemmt! Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass das A auch geklemmt hat! Jedenfalls wird fehlen, was sie tun sollen! Oder ihr könnt sogar die Kontrolle eines Königreichs... Königreichs... Das steht richtig da! ...an einen anderen Krieger delegieren! Delegieren! Dann kann er die anderen Krieger in diesem Königreich trainieren! Lasen! Das Essen hat auch geklemmt! Oh Mann! Ich sag doch! Und außerdem, dann kann er die anderen... Achso, derjenige Krieger, ja! Das passt soweit noch! Ich muss noch mal aufpassen, dass das auch auf den Sinn her... Das würde ich jedenfalls tun! Weiß man, dass später erfährt man was noch, was sie von Lasen... Schreibt man's eigentlich so? Oder schreibt man's Z? Mit E? Ich weiß nicht, ob's dann auf die C nicht schreibt, weiß ich nicht... Aber TS... Das klingt irgendwie... Das sieht so falsch aus, oder? Mach halt ein TCH raus! Tch... 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 Oder... Tja... Tch... 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 Ja, versuchen wir es nicht. Denigieren? Hm. Kann man ja mal machen. Was ist das, ich glaube? Ja. Ich freue mich jetzt. Wieso? Was soll ich denn? Du musst nichts delegieren, du kannst. Das ist jetzt so... Was soll ich denn mit dem... Das war das geilere Sodaman, warte mal. Der kann nicht mehr nachlusten. Es ist die Frage, ob er dadurch sogar extra EP kriegen würde. Ja, das wäre klar. Versuchen wir es. Muss etwas erledigt werden. Um das ganze Spiel dann und den Pokémon auf eine Suche, um neue Verblügelte zu finden. Interessant. Ich freue mich. Ich gucke mir euer Vertrauen unten. Vielleicht ist es gut, wenn du noch ein paar mehr Leute drin hast. Nicht, dass er da wirklich alleine gegen drei Gegner oder so trainieren muss. Ich würde das vielleicht überschneiden. Vielleicht ist es eine bessere Wahl hier. Ja. Ja. Also wenn das erstmal entwickelt ist, wäre das natürlich super. Ja. War das nur den Gengarados? Mensch. Er hätte das gesagt. Also in Europa brauchen wir zumindest niemanden. Das ist so. Das ist ganz geil. Das waren die Wiener. Sie wissen das gar nichts. Es sind nur noch drei. Vielleicht kommt man schicken nach hinten und so. Und vielleicht machen wir uns, weil... Nein. Ich glaube nicht. Äh. Ich glaube nicht. Wie heißt es? Baumball. Baumball. Nee. Auch nicht. Ostergar. Achso. Schravitel. 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 Dann haben wir da nur noch einen übrig. Ja, wobei in Aurora, wie gesagt, du brauchst da eigentlich keine Leute, weil... das ist... Da kannst du... Na ja, gut. Da kannst du auch irgendwie Trainings-Pokémon finden, aber... Ich glaube keine Leute. Oder so. Hm? 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 Nur für den Fall, dass wirklich mal einer angreift. Ja. Aber dann kann ich nicht irgendwie irgendwas definieren. Ja, aber dann... Kannst du auch, ja. ...vieh. Achso. Ja. Ohhhhh. I can't even know you have, I can't even know. Oh. Ohhhhh! Ohhhhh. Achso. November... 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 Seht, Lord Fanaxin, ist das nicht. Hey, ihr schon wieder? Ich hätte nicht erwartet, euch hier zu treffen. Wie gefällt euch denn dieses Königreich? Ja, es ist schon etwas weit von Oraline-Termis. Es gibt hier eine dinge Pokémon, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Was kannst du laut sagen? Und das ist doch gerade das Tolle. Ihr solltet mit einigen von ihnen einen Link eingehen und sie zu euren Partnern machen. Ja, aber wir haben doch schon geboten. Super gut. Sicherlich. Aber wollt ihr nicht versuchen, auch andere Pokémon kennenzulernen? Jeder hat seinen ganz eigenen perfekten Partner. Ja, Joey, wir haben dich. Damit meine ich ganz konkret Pokémon, mit denen man als Krieger einen perfekten Link erreichen kann. Oh, ich habe das im Spiel immer 100% Link genannt. Warte, ich muss davon ein Bild machen. Das wird geändert, weil Kontinuitätsfehler entsteht. Oh, ich bin ein Tierchen. Behaltet nur im Hinterkopf, dass die maximale Anzahl an Pokémon, die ihr dabei haben könnt, von eurer Kapazität abhängt. Wie auch immer, ich schlage vor, ihr probiert auch mal ein paar andere Pokémon aus, solange ihr hier seid. Und jetzt kann man quasi auf Pokémon fangen. Oh, jemanden mit einem Geronimatz. Das ist gut. Und jetzt... Was? Alles drauf schicken! Ja, alles. Ja, alle, oder? Ja, klar! Ich muss da unbedingt mal was anderes hinschreiben, wie das mit legen wir los, oder? Holla! Holla! Let's see me rolling, ey! So, dieses Brett ist so... Du kannst halt mit den Dingern da springen, mit den Pfeilenteilen. Nein, ist das... Ja, sind wir... ...ein Wildturm, die haben... ...ein Trudum oder... ...ein Krieger werden, ich... ...ein... 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 ...soll ich auch nicht besonders schlafen... ...ein... 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 ...besuche jeden Fett... ...Ach, wenn's... ...kommt... ...ein... 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 Ja, der ist auch mit in dem Spiel... ...ja, aber... Ja, hier ist die Link-Full-Anzeige. Ja, ich weiß. Ah, da siehst du es jetzt. Bei den Chinox. Und bei den Beutillam auch. Kann auch passieren, tatsächlich. Auch Silber. Und auch noch raus. So, wer war denn jetzt Silber? Evoli und... Ja, ich glaube beide. Ja. Also. Wenn du fliebst mit... Im besten Fall Host. Hast du One-Hit, aber ist auch okay. Oh, das ist so unfair. Ich überlege, ob ich da gleich um die Seite laufe. Ich würde auf jeden Fall versuchen, Geroni mal so schnell wie möglich zu kriegen, damit wir den Trainer bekommen. Ich frage mich sicher. Ich frage mich sicher. Du kannst da auch rauf, wenn du genug Pins hast. Ich weiß nicht, ob es mit dem Manga reichen würde. Ja. Oh, da ist es dann da rüber. Aber du musst da drauf warten. Also der Zug ist dann ruhig. Aber... Okay, aber dann ist er schon mal drüben. Ja, aber dann würde es... Dann könnte es dir passieren, dass Geroni Max zurückläuft. Also, du musst gucken, dass du irgendwie genug Pokémon in aller möglicher Nähe hast zu den Orten, wo Geroni Max auftauchen könnte. Oder innen gehen könnte. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Erstmal... Trank erhalten. Was möchtest du behalten? Also... Ich glaube Gras zu haben, das ist gerade nicht so. Genau, das war da. Dann... Dann... Das könntest du gleich drüben anhalten. Genau. So. Ja. Pippi. Und ein Volltreffer noch. Pippi. Pippi. Hatt ich gedacht. Das Pippi. Ich habe es kein Wissen, wie die Kräger noch nicht zu haben. Oh! So. Dann gehen wir jetzt einfach zwei vor und dann mal gucken, wie sich die Runde entwickelt. Genau. Wir sind auch zwei vor und gucken, wie sich die Runde entwickelt hat. Okay. Ja, wenn du den dahinter hast, dann wirst du aber mit Geroni mal jetzt wirklich rüber spielen. Ja, okay. Schau. Vielleicht geht es ja auch drüber. Ja. Ja. Ist auch gut. Auch da könntest du ja natürlich... Ah! Jetzt haben wir das mit Volldealer. Ja, aber dann steht es schon mal genau. Ja, und mit Felino kannst du dann auch direkt angreifen, weil du noch Wasser mitnehmen kannst. Jetzt würde ich sagen, Geroni macht es erstmal mit... Ja, wem da? Und dann mit Nomanda von derselben Stelle aus. Weil der läuft ja... Ja, das sind so Sachen, die muss man echt für den Hinterkopf die ganze Zeit behalten. Ja. Oh. Da sieht nicht was aus. Ok, ok. Wir gehen wirklich mit dem Hinterkopf an. Nein... Ja... Oh! Aber... Was für ein Pantapunkt! Moin! Dann könntest du dir jetzt überlegen, wenn du das scheinest... Ja... Dann kommt gleich ein Rhythmusspiel! Ich komme übrigens relativ schnell und in größeren Abfolgen. Sei darauf am besten schon mal gepasst. Sonst wird dann so... Tapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapp... Irgendwie sowas werden. Mal sehen, ob das gut klappt, wenn du darauf mental schon mal vorbereitet bist. Weil, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch... Das geht jetzt um... Das wäre ein Entscheidungsund... Nee, das wollte ich jetzt weg. Noch noch? Ja. Okay. Oh! So... Oh! 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 Ja, aber gleichzeitig auch das... ... 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 Es pickt ordentlich was auf. Ihr habt exzellent getappt. Und ich messen. Diese Hügel. Oh, dass du die geholt. So. Dann ist es jetzt eigentlich nur die nächste Runde, in der das Multilarm nichts tun kann außer angreifen. Oder blenden. Oh nein! Es schläft wieder! Okay. Ja, das könnte natürlich auch was werden. Vielleicht macht es dadurch auf. Nein! Was ist das? Ah, ich stoppe nicht mal. Außer natürlich, du machst jetzt auf, weil du Volltreffer. Volltreffer! 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 Oh, das ist trotzdem nicht aufgewacht. Gute Chance gegen einen Stardustfall. Ja. Krass! Was ist das? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Also, du kannst... Einmal so ein Ding, aber ich kann nicht nur einen. Äh, nicht nur einen. Ja. Zug beenden. Zug beenden. Oder nochmal, ja? Okay. Einmal einfach nochmal dazu. Mit dem Zug beziehen. Ne, das würde ich auch noch mal vergeben. Oh! Ist ja ein Top-Ergebnis gewesen. Kann ja auch mal passieren. Oh ja! Und jetzt kommt Pummel hoch und schlägt euch das wieder ein. Wenn das jetzt wieder passiert... Fünf Züge noch. Ich würde sagen, wenn das jetzt wieder passiert, gehe ich jetzt gleich weg mit Pummelowka. Und dann erst wieder, wenn es fertig ist, dass es... Ähm... Äh, warte. Link, musst dich erst mal nach hinten stellen? Jetzt. Du kannst nicht wegfahren. Ich bin ja nicht der Einzige heute. Warte! Aber das ist mal die Lichten. Ja, das ist richtig fantastisch. Bitte lass Pummelok jetzt nicht wieder das Einschläfer an, bitte! Oh oh, das kann auch noch Pummelok sind vielleicht nicht so gut. Aber es hat viel zugegeben, trotzdem. Ja, nach langer Zeit. Mal, 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 mal. Gewonnen! Gewonnen zerronnen, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich glaube, momentan habe ich verloren. Aber ich habe es noch nie im Spiel gesehen. Vielleicht habe ich es auch gar nicht geändert, so wie das Speed-Ding. Das weiß ich leider nicht. Vielleicht wird es auch nie jemand rausfinden, weil in dem Spiel niemand verliert.